klimper klimper das wieder schmalz auch obwohl der arsch glaub ich gar nicht zucker drin ist knapp 8 gramm 8 gramm also 24 gramm pro flasche die gewisse weise habe ich den ganzen tag dann kein hunger seufzt man und seufzt man kann man kann du du isst heute nichts mehr du isst es dann was wenn das denn automatisch läuft warum soll das jetzt soll das jetzt das kommt davon habe keine an roten transportpipes mehr Құұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұ 12 8 24 nicht kubelstern Jetzt hätte ich 24 Stück plus die 3, alles klar. Alter, hast du gerade hier Holz angeworfen? Ja. Junge, das verbraucht gerade meinen ganzen Sack. Bitte. Ich habe keinen Gupf. Das ist halt das Holz von unten, was ich gerade da rausgerissen habe. Na, kannst du einen Cage hier vorne reinpacken. Um eine Spur für die Leitung zu bauen. Ja, fertig. Kein Bock. Hat aber nicht. Das brauche ich auch 12 Stück. Kann ich das hier auch nochmal aufreißen? Normalerweise... Was fehlt denn? Ah. Hahaha. Die hier fehlen. Oh, musst du mich eigentlich mal nachhelfen. Ja, da müssen wir doch noch bei uns im Gegenteil kommen, oder? Geht auch nicht. Dann werde ich erst mal... Ja, ne, stimmt. Hi, 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 heidewitzka, der Kapitän. Hi, heidewitzka. Radiatorblock. Ich habe auch bestimmt auch Stahl, ne? So, so, das sind sieben. Radiatorblock. Warum brauche ich nicht mal Stihle ganz... Ich brauche schon... Glass Pennies. Neun, also zehn insgesamt. Ach, ich brauche ja den hier. Dick. Auch noch ein paar Sticks. Brauche ich zwei Stück raus. Ich brauche fünf, fünf davon. Zwei, drei, vier. Glass. Normale Pennies. Zwei. Fünf. Äh. Nein, dann nicht so. Ja, wir machen normale Glass Pennies. Vier. Was fehlt denn jetzt? Ach, der fällt immer noch was. Lape Schatz. La... Piss. La... Piss. Piss, Piss. La... Piss. Lape Schatz. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Iron Nuggets, Tinker. Ja, im Nuschtz. Iron... Nuggets. Nugget. Tinkers. Burn, motherfucker, burn, burn, motherfucker. Was ist das geil? Jetzt hat er Taunkraft drin. Mhm. Tinkers. Chemissaries. Demo Foundation. Iron Nuggets. Tinkers. Tinkers. Das ist so richtig schön, dass du da echten Zeiger hast, wo du draufdrücken kannst zum Wechseln. Ja, siehst du mal. Delete Nuggets. Mach. Nugget. 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 Der nackte Nugget. 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 Ich brauche mehr Stahl. ich weiß was ich machen kann genau das kann ich vom kraft ist so ein solcher core sonst ob tacking note nicht drei stück muss ich halt auch die nuggles einstellen das ist echt geil die nugget immer das kann ich eigentlich auch wieder mal machen die nuggles immer ziel ok alles kackglas warum ich zwei klasse ach so 80 stück ich habe eins vergessen und zwar die photovoltaik photovoltaik zählt ach quatsch ich sag doch sieben stück sind es damit habe ich nämlich auch nicht vor ich sag sechse 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 nein und dann habe ich danach gezählt drei vier fünf sechs sieben ich muss das solarpanel noch zurechnen das sind acht dann also ich habe glaspanel die laden ist schatz die iron ingots das photovoltaik bedingen bauen das wäre dann die ersten vier die stil ingots ja die den chor und die solarzelle dann hast du nur sieben nicht mehr geht es vergessen hat sie muss ja dann das lied nugget ja was dafür liegt jetzt reichte da nicht lied und iron und sogar acht bieten jetzt war für das lied solarkor ja ist das ding fast 500.000 feder warum man es haben kann machen halt machen jetzt mal das ding tinkers und glass panel ist ganz normal in minecraft warum hat er das rezept jetzt nicht übernommen ah jetzt hat das ok da haben wir die shards, die pangs, die iron nuggets, die elite nuggets, die litze, die steel ingets, photocell, nochmal abhaken und litze unser lard panel die immersiv das ist richtig most like it down ok fertig fertig jetzt muss ich nur noch eine crafting pipe machen das haben wir schon mal noch ein paar von den unvaulted transport pipes dass ich das verbinden kann iron gate ok machen wir das immer zwei gold, zwei charts dann können wir mal nicht erstmal die zum rausziehen ja gut lauf v es, lauf v es so weit 1, 2, 3, 4, du weißt mal bis auf 80 runter 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 wie willst du das hier mit den farm machen die kommt auch noch alle weg wenn die farm das lass mal das weiß ich noch nicht so bleibt das nicht man halt wegen mit einsortieren nein lass erstmal lass die farm erstmal so ich weiß es noch nicht gar nicht da down touchable wieder null plan wolltest du die hier eigentlich da stehen lassen was die hier stehen lassen hier hinten was deine hardened case mit nickel und so die hier vorne sind ja sicher meinst die da oben sind ja sicher ja gut dann muss ich die von hier aus noch verbinden die bleiben ja definitiv stehen das ist mein Grund wenn ich mal items brauche was dann ja wie gesagt dann muss ich die noch verbinden dann heißt das basic pipes mehr expector module und mehr item stack module ja wo dann reiß ich deine deer pipes hinten ab ne ist das egal ich tue es aber dann in die die da wohl schon tinkers die tables sind dahinter steht eine einzelne kiste da sind pipes drin ich könnte die eher gebrochen basic pipes machen ja dann lass mir wenigstens da keine ahnung acht stück da oder so ja machen seit sie was im keller noch machen muss kann ja auch schnell passieren ja das rezept zwei golden glas er nimmt wieder kein clear glas an ne ne hast du die pipes ich sagte wo die tinker wo sind die tinker sachen da in der richtung hinter dir da und geradeaus weiter da sind die tinker tables und da ist ein einzelner chest du hast doch hier schon 14 diamond pipes drin ja ich brauche denn noch welche weiß ja nicht was kannst du dir doch nicht sagen ja 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 ja